hi und herzlich willkommen hier wieder zum ww let's play ich weiß nicht ob wir wie machen wir das also zählen wir jetzt quasi von 1 neu an weil wir in mist of pandaria sind oder aber machen wir da weiter wo wir aufgehört haben von der nummer her machen da weiter wo wir aufgehört haben also 46 46 ich weiß nicht also ist das jetzt 47 oder ist das 46 das kann ich dir nicht sagen ich guck mal ja also erst mal wer ist überhaupt dabei wir sind beim alten geblieben auch wenn das ein bisschen schwieriger ist mittlerweile für uns aufzunehmen aber wir sind die alte besetzung nicht war ja auch so ziemlich wie war denn die alte besetzung ja wir waren bei 47 schon das ist 48 ja dann so viel hinter 48 wagen sind gut dann steigen wir mal auf unser flug mount so die anderen quest hier sind sollte man nehmen nur die eine die anderen brauchst du nicht ich könnte jetzt ausrechnen wie viel zeit in diesen 48 wie viel wie lange diese 48 teile die wir aufgenommen haben zusammen gehen das kann ich dir das kann ich schneller sagen ja ich war genau 32 stunden 41 minuten 40 sekunden vorne was ich in der zeit alles hätte machen können so seid ihr alles weit ich fliege gerade zu dem einsatzpunkt wunderbar auf dem weg ja patrick sagt immer nicht gehen müssen also nicht genau wo die hin müssen da wo ich bin unter anderem wenn ich einmal ein punkt aufs falsch leider wenn du nicht ich beobachte gerade okay falsche quest ich hab noch so viel scheiße hier in meinem quest los wie war das noch mal dass ich so gescheuert im kreis fliege das war ein special da ne ich hab's ich hab schon ja die quest hier die zweite also hier dürfte die quest abnehmen abgeben aber nehmt man noch nicht an damit wir wo ist denn wer dich hier eigentlich zum anführer bestimmt ihr seid irgendwie in unterschiedlichen orten wem soll ich jetzt nach fliegen zu mir ist alle zu mir da habe ich nämlich auch irgendwie 15 minuten dann geguckt wo ich denn genau hin muss aber guck mal die luft guck mal die luft da oben siehst du da ich weiß nicht auf was du deine sichtweite bin ich jetzt nachdem ich erst in eine falsche nach falschen quest gefolgt bin echt der erste der das findet ja nein ich wusste ja wo es ist ich habe nur geguckt ob alex es sind ach du sagst dann aber auch nicht so wie das ich falsch finde nein das ist lustig was machen eigentlich leute die kreis alle allgemeine belustung sind die dann ausgeflossen von der quest also ohne fuß geht es auf jeden fall stell dir mal vor irgendwie du kommst hier an und weißt nicht wo du hin musst bist alleine und na ja also abgeben kannst du aber noch nicht annehmen nicht mit f mit dem das irritiert mich auch die beiden jungs sind ja absolut gilt was feuer geflasht und auch immer geil gerade jetzt mit dem neuen patch so und wir haben sofort überreden wir können alle dann jetzt die neue quest annehmen into the mists heißt sie und dann auch mit ihm reden ach so genau und dann mit ihm reden genau und dann kommt das so ein kleines filmchen und nach dem karte der ladebildschirm gucken ob wir ein disconnect kommt punkte auf einer karte wie atmosphärisch hätten gesehen so was also da war ein film eigentlich könnte ich auch mal angucken ja und da ist mir sonst erst ganz gut das filmchen okay ist immerhin auch komplett vertonen ich da noch nichts verein reden aber es wollen mega viel wird dann gesagt nee nee und untertitel hast du auch das stimmt ja auf englisch naja okay hilft den leuten also nur bedingt aber damit müsste jetzt klarkommen ich weiß nicht wie hoch der bildungsgrad unter deinen zuschauen ist aber das ist nicht gemeint so leidigen wir die leute noch mal ein bisschen hier ne nein so war das nicht gemeint natürlich grundvoraussetzung landesicht sagt der kuppelplopp kuppelplopp? kuppelplopp, das heißt ja auch heute ja niti, der general natsgrim heißt kuppelplopp? ach nein niti heißt kuppelplopp also ich dachte schon also general natsgrim mit kuppelplopp zu übersetzen wäre jetzt auch ein bisschen strange oh ja okay klatschpop ist jetzt nicht wirklich besser heißt er im englisch? ja aboom gott sind die schlecht im zielen blizzard hat heute auch mal wieder was geil übersetzt und zwar äh heißt einer oder ember also bernstein hieß halt die ganze zeit ember wie im englischen und jetzt haben sie ähm alle monster in bären umwendet also da heißt zum beispiel einer emberformer und der heißt jetzt bärenformer ist auch toll weiß auch nicht wie sie darauf wieder gekommen sind bären? bären einfach so das stein ignorieren ja dass das auch möglichst wenig Sinn macht richtig anscheinend so und dann müsst ihr hier unten wieder zu unserem freund ich häng in der filmsequenz hinterher soll ich die einfach abbrechen? obwohl ne das ist atmosphärisch soll ich die abbrechen? musst du wissen Domi ich will euch ja nicht auffallen 500 quests habe ich abgeschlossen wieso habt ihr nicht genau so viel? wieso habt ihr nicht genau so viel? mein schar also ich hab ja mal wieder den shark oh ok aber Alex und Domi sag mal ich guck mal äh bestätten das quests das von mir hab dir heilig gequestet ach 500 haben wir schon du warst doch mal kurzzeitig auch mit was anderem complete quest du hast doch zwischendurch gespielt ich? mit deinem except klar alex hast du jede menge sogar ja stimmt die haben wir sogar graded ich erinnere mich ich hab ja sogar hier äh firelands equipped gut dann lass mal weiter gehen wir mal hier runter zu dem auch hieran erinnere ich mich noch an der beta da habe ich da diesen in der beta war unser letztplan ein bisschen doof noch weil da haben wir immer leute fallen gelassen äh ihr habt eigentlich bei mich fallen gelassen ne ich dachte Olli dich nur ein zweiter ich bin doch both so hier war irgendwo noch im Boden da bin ich durchgefallen ist das noch immer irgendwo geht für euch auch cool ich bin da auch dran also im Prinzip ah so ja ich weiß es sind Rob genug da dass wir alle reinkommen aber ist eh vorbei oh ich wurde direkt wieder rausgeschmissen hier war zu schön ja es sind nur 3 wir sind aber 4 alex wäre eh nicht mit reingekommen was ich war doch schon was ich war doch schon lange drin hab ich schon abgeschossen das war 9 Stachen ja übrigens auch neue falls ihr es noch nicht mitbekommen habt in Mist of Pandaria ist ähm die Möglichkeit äh dass ihr beim auswählen könnt ihr quasi nicht mehr irgendwelchen Nonsens auswählen sondern kriegt immer ähm was für eure Klasse auch boah zieht euch mal diese wie hat man sich jetzt hier abgeseilt nochmal hier wo ich bin ach da waren irgendwo solche irgendeine Zahnräger auf der kam ne oder genau wisst ihr noch wie ich vorhin gesagt hab dass mein äh Inventar so mega unordentlich und voll ist na glaub mal wer vergessen hat das auszuleeren pfff äh schmeißt halt einfach was weg ich hab auch unglaublich viel Scheiße hier drin ach das dauert mir jetzt zu lange das wegzuwerfen meinst du das ausnahmsweise mal ein bisschen aufgeräumt ist schon seltsam ok ok ich bin in der luft an dem seil direkt daneben hier kommst du nicht runter ein fest oh hallo wo ist er irgendwie bin ich von ww überfordert das also anders ja also äh um darauf vielleicht nochmal zurück zu kommen ihr spielt immer nur geworst 2 ne ja nicht nur im anur lol ja ich spiel nebenbei auch noch ein bisschen planet 2 inzwischen ah planet 2 ah planet 2 großartig so die quest müssen wir rüber wenn ihr beide angenommen habt sind zwei stück mink ja sieht gut aus mein questlog echt ausmisten ich hab keine ahnung was was ist war ich einer dk von euch nein aber du kannst hier kannst du nicht auch irgendwas machen damit wir über wasser reiten können brauche ich nicht fisch äh fischöl irgendwie reiten ist glaube ich ne gute idee oder brauchen wir das inzwischen nicht mehr ja ich weiß es nicht ehrlich gesagt aber müsstest hier jeden waffen da können wir auch ist ja nicht so als ob wir hier lange unterwegs wären ich hab da kein Problem mit ich hab ja irgendwo auch noch so ein Team mit Gott er ist die Robbe ich hätte jetzt gern ein paar Norweger hier Norweger? oh was er ist die Robbe Norweger äh fischen Robbe ja jagen doch Robbe aber mach dann nicht ich hab ihn ich fand ihn sehr gut Alex danke das ist immerhin einer ist auch bei Alex äh so ein bisschen er bei Alex bei Robby ne Robbe, Robby und ach ja eben und dann war er halt noch die Robbe das ist halt boah das ist ja ein Brüller Mensch Robby die Robbe ha hast du das erste Mal gehört jetzt oder? ja also das erste Mal heute ja kommst du dunkle hey ich fühl mich ausgelassen ich geb mir jetzt auch einen Zweichen ich bin böse wer ist denn das dich hier irgendwas mal vom Himmel fallen lässt das ist doch bestimmt du lass das mal äh lass das man kann hier auch noch Sachen kaputt machen lass mal du ah also ich verfolge mich hey Blade ne gute alte Tradition wieder aufleben zu lassen mach ich Schaden? mach ich eigentlich Schaden? das ist die Frage ähm ich hab glaub ich irgendwas so ne Anzeige aber jetzt kommst du wieder mit ihrem Damage Meter hier ich hab gar keinen ich hab mir den lieber gleich äh wegelassen deprimiert mich ihn nur ich kann das mit der Pressung ich muss grad erst mal wieder klarkommen da muss man einfach nur äh genau ah ja uh kaputt ah ha ha nur eine gewisse explosive Stimmung hier oha mhm vor allem guck dir mal diese grandiose äh Bodenanimation an hier vorne das ist ja krass Bodenanimation? ja hier wo ich drin stehe das ist naja siehst du wer bist du ja hier überall brennt doch der Boden das sieht so mega fett aus weißt du was meinte ich damit oh ja ja na gut meine tauren Füße kann ja nichts anhaben ich hab ja guck mal ich hab Hörner was? ja guck mich mal an ich hab Hörner ähm fette Sache der hat echt Hörner oh tollste Geschichte des Tages ähm freckfunde vor allem unsere Aufgabe hier unsere Aufgabe war äh Infernalzone vorne da hab ich immer das Gefühl das ist der Gegner der irgendwie jetzt gegen sowas raufbeschwört darf ich jetzt nochmal nochmal so Beyblade komm mal her ja ja gerne wir müssen davon eh genug da umbringen wobei sind nur noch 4 bang guck mal 3 haben wir schon und 5 müssen wir abschießen was? wen schießen wir ab? ja hier von diesen leuchtenden Dingern weiß man wo wir so das war so ja 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 genau die ja richtig richtig einen coolen Boden hinterlassen so wie Robby es nannte mhm wie gesagt wir hoffen dass wir regelmäßig solche Folgen rausbringen für euch da draußen ja als Info aber versprechen können wir nicht sicher sind wir nicht alle noch nicht die jetzt probiert hier Sinn reinzubringen in die Gespräche nur kurz das war das war nur um das so kurz anzudeuten das ist irgendwie das dritte mal dass wir uns dafür treffen das hier aufzunehmen ja ja und an allen drei Malen das wir nicht machen sollten ist irgendwas schief gegangen ist Dommyschuld ja ja machen wir Dommyschuld heute war Dommyschuld das hat mich auch sehr gewundert muss ich sagen ja mich auch also daran dass es nicht stattgefunden hat war ich schon schuld aber nicht daran dass ihr trotzdem hier aufgetaucht seid daran war Alex schuld ich bin eigentlich der einzige bisher der nie daran schuld war dass es nicht geklappt hat ja das ist schon überraschend irgendwie ja ja ich wollte gerade sagen ja bei den letzten drei Malen war einer von euch schuld das nächste mal bin ich dran ne echt nimmst du es dir schon vor nehm mir da schon vor nächsten Mittwoch irgendwie zu verpeilen ok äh wo haben wir denn noch in so'n vorratsgedrückt die müssen wir doch überhaupt nicht mehr töten ja ich weiß aber ich wollte gerade sagen der stürzte mich an ich bin einfach draufgeknüppelt da oben kommen wir noch da hoch ja ja wir konnten die Trab hochgehen das ist was das ist was das war nein wo ist das denn ach da ich hab irgendwie das gefühl dass ich gerade relativ sinnlos Tasten drücke aber ich bin ganz okay damit weißt du was Babylade dann brauche ich überhaupt keine Tasten mehr drücken bin mir sogar ziemlich sicher dass ich einfach nur sinnlos Tasten drücke eigentlich immer nur eins und zwei davon abgesehen die Gegner fallen einfach so schnell um irgendwie ist mir das zu leicht können wir uns mal schwerer machen Art Mode ich mach schon nichts also theoretisch Gibt's eigentlich jetzt einen P4E Content in Guild Wars? er hat immer einen also in Guild 2 aber PvP ist einfach besser mit dem neuen Patch so dann ziemlich interessant das war ja hoch ah ja mit dem neuen Patch kam ne unglaublich coole Instanz das sind so mini Dungeons insgesamt neun Stück von dem man immer 3 zufällig bekommt in einem Durchgang und da steigt die Schwierigkeit ins Unendliche also äh von Durchgang zu Durchgang wird's schwerer wenn man irgendwann an dem Punkt ankommt was auch fest gespeichert wird wo es dann überhaupt nicht mehr machbar ist eigentlich so das wäre der Hammer da gibt's dann an sich keine Begrenzung sondern irgendwann geben einfach die Mechaniken auf dass es nicht mehr möglich ist ja zu viel Leben zu viel Schaden das klingt nach Spaß One-Hit das ist so am Anfang schon aber es kommt halt irgendwann kommt hinter der Grenze aber es ist doch spannend dann mal so BIM über diese Grenze hinaus zu kommen da werdet ihr ja richtig gefordert genau ich hab ja auch Totems die sind ja jetzt ein bisschen anders ne die brauchst du nicht mal aufstellen zum buffen und so sondern achso oh was kann ich nicht mehr als Totems das sind so Special Totems halt hinten steht so ein Typ warte was geht jetzt mit meinen Totems mit auch ein Special Totem warum hab ich keine Special Totems warum hab ich keine Special Totems Domi lass das nächste Mal mal unsere Counts tauschen was wird's verwirrender ich kann zum schwulen Warrior spielen hier oben wäre dann die Quest abgeben beziehungsweise Quests wow du hast aber ganz schön viele Wichtel da um dich rumstehen ja die gehören all zu mir sind meine Wichtel 1 äh Quest jetzt kann ich wo mein da musst du aber nach oben ne da rechts da rechts liegst du hoch oder ich hab so ah guck mal da kommen die Erinnerungen zurück Fett alter der Hexmeister sieht ja richtig krass aus hey ich hab jetzt das 500 Quest-Ding bekommen oh Gott ach da weichhör ich aber ganz schön was draus wieso hab ich ein mehr Quest als du abgeschlossen weil du es bestimmt irgendwo wieder verpeilt hast ja das kann durchaus sein ach guck mal wie mach ich den denn kaputt achso ich hab so eine Dicke Das ist doch einer. Ich stelle es in einer halben Stunde vor, um zu dir die seuchten Dinger anzuklicken. Da unten sind dann so Gegner. Ja, ich mache ja schon Dayblade. Dayblade! Das ist cool. Alles gut, alles super. Ich glaube, ich muss mich irgendwann einfach nochmal vor einen Damage-Dummy stellen. Und ein bisschen austesten, weil ich momentan einfach sinnlos Tasten presse. Aber es ist doch okay, wenn du den Tasten presst. Ja, ey, ernsthaft spielen. Wenigstens annähernd eine Ahnung haben, was ich hier mache. Ich fühle mich so hilflos. Du wirst hier nicht ausgeschlossen, wenn du eine bestimmte Leistung nicht erreichst. Wirst du schon irgendwie nach der dritten Folge draußen gewesen? Dass du das erste Mal den Quest verpasst hast. Und ich nach der ersten. Ach, waren denn nicht noch irgendwie Freunde von dir? Ach, da. Was wären Freunde? Das war wirklich in der zweiten oder dritten Folge, wo du irgendwie das erste Mal verpasst hast, irgendwie eine Quest. Ja, das stimmt. Ich wäre einfach mal auf den Typen. Ey, bin ich hier geblieben. Hallo! Aber es ist uns allen ja schon mal passiert, ne? Der hat so einen Hubschrauber. Der hat so einen Hubschrauber. Aaaah! Alex hat einen Hubschrauber. Wo bist du hin, Alex? Ich folge dir in einen. Äh, hallo? Hallo? Boom! Oh, ich kann uns passen, fällt mir gerade auf. Fette Sache. Und im Arsch das Luftschiff. Huh? Oh, fehlen. Ich bin damit noch gar nicht gesehen. Wow! Der ist laut. Ja, das sieht aus. Alter! Boah! War das bei euch auch grad so mega laut, Alter? Ja. Das war energisch. Von meinen normalen Lautstärke-Einstellungen. Ja, das hab ich mir auch gedacht, weil ich hatte nämlich vorhin in der Filmsequenz fast gar keinen Ton. Das geht aber auch gleich los irgendwie mit Explosionen, ne? Ja. Die müssen alle sterben, sagt er. Das ist Action. Naja, klar. Das ist halt nicht gerade so gut drauf. Aber wenn du wüsstest, wie oft ich das schon gehört hab, dass ich sterben muss. Echt? In WoW? Oh ja, schon öfter. Oh, irgendwie. Ich hab die Quest jetzt hier abgegeben, ja auch. Ja. Das kann ich nicht mehr machen. Das verändert er sich eigentlich. Oh, da ist ein Panda. Den hat jetzt noch einen Schar besetzt. Schar ist ein bisschen besser. Nee, Alter, du rüchtest. Ihr seid irgendwas. Und noch nicht mehr. Was kam da hier? Was? Wo hast du Quest? Ich hab nur eine. Ich hab vier. Vorher zur Better-Rendern. Ich hab drei. Ist das überhaupt nicht? Da wirst du noch aus dem anderen. Ich hab drei. Es kommt dann irgendwann. Nee, gar nicht. Du bist wahrscheinlich auch noch nicht soweit gewesen. Boah, der sieht voll cool aus. Er hat so die Mütze, dass man die Augen nicht sieht. Da sieht der nicht cool aus. Na, ist der aus dem Dings, glaube ich, ne? Also so sieht der auch aus dem Cinematic. Der hat ne Mütze, wo man die Augen nicht sieht? Nöööööööööööö. Der Panda. Der im Cinematic sah anders aus. Siehst du den Panda noch nicht? Doch. Er spielt hier so. Ach gut, okay. Dann machen wir mal weiter. Das nennst du ne Mütze? Wobei, wir machen mal, äh, n Cut. Und sagen, bis in Teil 49. Ist das richtig? Oder ist das von 49 gewesen? Ne, das ist 48. Okay. Keine Ahnung.